Hallihallo Löhle! Zurück zur W.O.B. Weiter geht's! Ja, wir müssen uns hier... Achso, wer ist das denn hier? Äh... Total vergessen. Die schwören ja auch hier rum. Oh, das machen wir schon, ne? Komm, mach platt da! Oh... Wir müssen den Turm rauf. Drei Kraftquellen deaktivieren. Wo ich zum ersten Mal hier war, habe ich gedacht, was ist das denn für eine Scheiß-Quest? Will das funktionieren? Ja, am ersten Mal, ne, ist alles schwer. Da habe ich echt einige Zeit gebraucht. Da... Da... Da bling... Oh... Transfer... Hier ist auch nicht ganz ungefährlich. Na, die haben hier schon ein bisschen was drauf, die Gegner. Wie man an HP sehen kann, machten die gut Auber. Ach, der Schattenpriester ist auch da. Wenn wir uns zu zweit machen, ist das natürlich gut. Das ist natürlich besser. Ja... Erstmal heilen. Ja... hier ist ganz schön was los. In dem Turm. So... Da... 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 Dann habe ich deaktiviert. Jetzt weiter. Da... Ich glaube aber, die Gegner können wohl nicht mehr zurückstoßen. Das war damals echt nervig, als ich angefangen hatte. Das war damals echt nervig, als ich angefangen hatte. Und dann alles war. Was ist das? Aber schon sehr lange her. Ich bin jetzt da hier auf dem Office-Seite. Dreno oder Legion? Was kommt hier erst raus? Dreno, ne? Als Dreno spiele ich. Wie cool ist davor? Ein paar Monate davor oder so? Keine Ahnung. Das ist auch schon ein paar Jahre her. Und die dritte Kraftquelle. Deaktivieren. Deaktivieren. Mein Gott. Wo ist denn ich hier runter? Hiermit, ne? Genau. Da war immer die Frage, wie komme ich wieder zurück? Ha, ha, ha. Äh? Äh, ich will auch zurück. Äh, ich will auch zurück. Genau. So kann man nämlich zurück. Äh, da ist die Trippe. Äh, klar, wenn man das natürlich weiß, wie das funktioniert, ist das kein Thema. Aber kommt jetzt mal dahinter. Wenn man das zum ersten Mal spielt. Das war nicht ganz so easy. Auch schon lange her. Die haben vieles vereinfacht hier. Ich hab noch gespürt, da war tausend Nadeln, noch nicht alles unter Wasser. Muss man immer mit dem Aufzug rauf, runter, rauf, runter fahren. Das war auch nervig. Bis ich da noch erinnern kann. So. Machen wir hier die nächste Quest. Da oben wollen wir es mal hin, ja. Komm ich glaube ich noch eine Quest hier für Fliegenpressgebiet. Schöner 2 auf mich drauf. Heilen, heilen, heilen. Heilig, heilig, mach mal. Das Gebiet ist echt nicht einfach. Ach. Viele Gegner. Die machen gut, aber. Hier unten. Hier ist keiner, sehr schön. Doch, ist wieder einer dran. Hab ich oben gesehen. Was ist das? Rüstung verringert. Ach. 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 Deswegen bekomme ich nicht viel auf den Deckel. Reilen. Äh. Ja. Nein. Doch. Wow. Sechs Mannerschlange. Sechs Eterbestien. Sag ich doch. Sechs Eterbestien. Schöner. Oh. Das ist einsam. Schöner. 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 Herr. Vielen Dank. Und die nächste Ptah. Ich brauche unbedingt noch mehr Skills, dass ich nicht so lange warten muss immer. Das 1 Skill wieder ready ist, das ist bisschen nervig. So, auffällig. Der nächste bitte. 3 von 6. Das läuft, das Hälfte haben wir schon. Schnell heulen. Kommen wir her. Ich muss was mit dir bereden. Da muss ich hinwarten. Da reinlaufen müsste ich nicht unbedingt. Und... Von den anderen beiden Schlangen noch kommen. Und noch einer... Da kommt schon einer. Wenn ich hinlaufen wäre, wären bestimmt die anderen 3 auch noch gekommen. Das muss ja nicht sein. Dann muss ich wieder heilen. Und da. Mach jeweils eine. Eine Schlange, eine Bestie. Gnöde, du Schlange. Ach, ist das schnurrt? Ach, ist das schnurrt. Kommen wir her. So, ist noch eine Eta-Bestia. Hier ist nix, sehr schön. Ach, ja. Muss ich Schlange erst machen. Gibt es was trinken? Äh? Äh? Oh, der wollte kein Gebrauch stehen da. Zwölf Sekunden noch nur. Da, 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 da. Mach mal so. Zack. So, abheben. Das war's, glaub ich, hier. Jo, wir sind aber jetzt fertig. Äh, nochmal. Heili-Heili machen. Ja. Ach, da ist er wirklich. Ach, du bist Luis. Das ist das Gefährliche an dem Gebiet hier. An einem kleinen Fleckchen. Das sind viele Gegner auf kleinem Fleck. Und die machen gut Schaden, wegen dem hier. Rüstung verringert, Feenfeuer. Verringert die Rüstung. Und hier machen sie mehr Schaden. Das war, glaub ich, auch nur hier. Hm. Da ging's die Todesschneide noch einfach. Und zwar auch viele Gegner mit unter. Aber die, die, Feen seanig ist die Rüstung. Boah, holt's. Da, 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 da. Oh, Tschüss, hast du davon? Schwachleuchtendes Auge. Hat die mich verfolgt, oder was? Blöde Manaschlange, du. Noch einer von der Sorte. Noch einer von hinten. Wo kam die jetzt her? Keine Ahnung. Ach ja. Äh, ausgerüstene Wurmschuppe. Ist doch wieder so, ne? 8 Sekunden am Nutzend von irgendwelchen Schaden. Ja, ja, ja. Tun wir mal da eine. Ist manchmal ganz witzig. Wenn man jetzt so wie hier in der Ecke da zum Beispiel zwei, drei Gegner aus sich drauf hat, einmal so einen Skill anmachen, hat fast jede Klasse mit einem 8 Sekunden lang Ruhe vor jeglichen Schaden. Ist nicht schlecht. Okay, ich will sagen, ich mache jetzt hier eine Pause. Wir sehen uns in der nächsten Folge von B.O.B. Bis dahin. Schön mit Öl.